Willkommen hier zurück zu Part Nummer 2 von Saints Row 4. Und wir machen das einfach mal weiter. Bist das du? Oh Gott, du Schwuchtel. Wie geht die zur Pressekonferenz? Oh Mist, wieso hatte ich da nicht die Auswahl? Willst du der Pressekonferenz sein, der Krebskrank hat, oder der Pressekonferenz, der Weltkrankung zu lösen? Hä? Muss ich da jetzt was auswählen? Das ist eine gute Frage. Humor aus Rotten Krebsheilung, was soll ich da jetzt machen? Wieso konnte ich nicht meinen Avatar gestalten? Weil du irgendwas falsch gemacht hast. Vielen Dank. Du kannst dich ja nur umoperieren lassen. Alles okay. Mann. Also ich bin für Hunger aus Rotten. Tell die Kitschin, mir einen Smoothie fixen. Also was war da jetzt nochmal? Wir konnten irgendwas wählen. Und was hattest du da zur Wahl? Hunger aus Rotten oder Krebs? Jetzt, hörst du hier. Wenn du denkst, du kannst deine Agenda über den Kongressen, du bist für eine rote Erwachsenung. Du hörst mich? Jetzt, lass mir dir ein bisschen was über die größte Worte in der Politik. Filibuster. Sag mal, willst du mir eigentlich drohen, oder? Also jetzt, pass auf. Kopfentscheidung, die 5 auf die 12, oder Bauchgefühl schlimmer als Chili? Kopf, Kopf ist immer gut. Kopfentscheidung, okay. Boah, Alter, was machst du? Ja, die Kopfentscheidung. Das ist so geil bei Sancho. Du weißt nie, was danach passiert. Siehst du den Wandschrank hinter der Türe? Oleg und ich sind jetzt über die Kamp David zu gehen, um ein paar Nachtbläde zu sehen. Ja, bist du da? Auf keinen Fall. Oder wir machen Party. Wir machen Party. Boom! Das hat mir ein paar Popcorn dieses Mal. Hab ich doch gesagt, was für ein Wandschrank. Und du siehst hässlich aus, pfolle Teifel. Was, ich seh voll geil aus, Mann. Was hast denn du? Sieht doch voll geil aus. Okay, jetzt. Can you give me the right context? And I quote, I'm the patron saint of America. We should probably look into changing the Pledge of Allegiance to one nation under me. That's a great question. Jane? Ich glaube, wir haben ein Problem. Oh, nicht Sie, auch. Wie viele Mal haben wir... Asha und Miller warten für Sie in der Oval Office. Wenn MI6-Einheit etwas brauchten, sie würden es in der Chain, nicht fliegen über den Ozean. Sie sagten, dass niemand nach Hause sie glauben. Jesus, was passiert? Sie denken, wir werden uns von Aliens attacken. Ich muss gehen. Das ist ernst. Du kennst, Kinsey hat gesagt das gleiche Sache. Wenn du dich in die Kinsie zu ernst nehmen? Wenn die Leute, die uns zu retten, haben wir die Welt gesagt. Ja, Hammer-Dekolleté, was? Hohin! Oh Gott, was ist da für ein Alien an? Ach, du Scheiße. Apropos, neuer Kommentar bei Wild V-Vols. Ja, ich check das mal so nebenher. Nee, du musst es da sein. Das wird es die Main. Ja, ich bin doch schon da. Hallo, Menschen. Ich bin voll dabei. Ich bin multitasking. Tschüss. Wer ist denn jetzt der Präsident? Die Dame. Ich bin Zyniak. Wir beide. Ach Gott. Nicht dazwischenreden. Ja, bei mir ist doch die Filmfrequenz doch schon zu Ende. Ach so. Das ist ein bisschen zeitversetzt. Okay, der Kommentar gilt übrigens für mich, also Falsch-Alarm. Also ich habe hier bis jetzt noch keine Meldung bekommen von einem Kommentar. Ich habe es ja schon gelesen, deshalb sehe ich hier ja keinen neuen. Okay, weiter geht's. Hey, du hast nicht so ein Dekolleté wie die eine. Nee. Das passiert schon noch. Jetzt komm, jetzt lass mich doch mal durch, du scheiß MI6-Agent. Ach du Scheiße. Hey, hilf mir hier bei diesem Typ. Nee, ich muss mal auf meinen Stuhl. Du Arsch. Wow, geil. Wow. What the fuck? Wow. Wow. Jetzt geht's ab, Junge. Jetzt geht's ab. 300 von 500. Schwachsinn. What the fuck? Nein. Was ist das? Hast du gerade den Typ im Anzug gesehen? What the fuck is going on? So, wo? Wo sind die jetzt? Ich seh die gar nicht. Ach, da vorne, okay. Ach, fuck. Da ist alles voll, da ist all... Ich kann nicht ballern. Jetzt. Boah, die halten ja was aus, Mann. Ich komm da ja nicht hin. So, jetzt. Jetzt geht die Party an. Oh, Scheiße. Ah, die hören, die halten ja echt was aus. Ich sag das ja nicht umsonst, ne? Da kannst du ja voll draufhalten, das sind ja so viele. Ah, ich räum hier gerade auf, lieber Tramp. Und außerdem müssen wir auf unsere Munitionzahl aufpassen. Also ich merke, ich hab ihn, ich hab ihn. Ne, den hatte ich. Ne, den hatte ich. Da hoch geht's. Matt, hold on to me. Du bist ja schon. Ach, du Scheiße. Die sind weg. Hä? Okay. Sehr merkwürdig. Ach, du Scheiße. Da kommen sie ja wieder. Die hängen alle fest. Boah, was hat denn der von? Ach so, das bist du. Weg mit dem. Machst du! Ich bin doch schon dabei. Ach du Scheiße, raus an die Frischluft. Fuck, wie sieht's denn hier aus? Bettuntergang. What the fuck? Alter. Du Schönheit. Gehst du baden? Das ist ja gar kein Pool. Ach du Scheiße. Boah, was ist das hier von Feuer? Alter, jetzt geht's ab. Oh ja, geil. Und ich bin an dem Ding dran. Ja, ich bin auch an dem Ding dran. Auch? Ja, ja. Das ist ein bisschen komisch zum Steuern. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich da draufballern soll. Bin ich zu dumm für? Da ist so ein Ding. Oh, jetzt kann ich's nicht mehr, jetzt kann ich's nicht mehr erreichen. Hey, das gibt's doch nicht. Nein! Das ist so komisch zum Steuern. Also, es geht, es geht. Ha, ich hab dich. What the fuck, hilf mir da mal. Ja, du bist ja lustig. Danke. Wow, what the fuck. Das ist ja voll die Alien-Invasion hier. Also, falls du mich mal, äh, ach egal, fressen jetzt. Ja, und jetzt? Also, du kannst ja auch nur draufbleiben. Auf der Maustaste. Ja, ja, ne, ich schieß lieber einzeln. Das ist irgendwie cool immer. Ja, stimmt, du kannst auch draufbleiben. Ja, okay. Boah, ein Riesending. Ach, du Scheiße. Stöhnt nicht so rum. Okay, die Hälfte von der Maschine ist, glaub, kaputt. Ja! Jetzt ist sie kaputt. Boah. Boah. What the fuck? Alter, renn. 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 Okay. Huh. Wow. Und rein da. Ach, du Scheiße. Runter von meinem Rasen, du Hurensohn. Ach, meine Güte, das ist so abgefahren. Boah, die Zeit, die geht so schnell rum. Wir haben noch sechs Minuten, dann ist der Part auch zu Ende. Nee, den machen wir jetzt ein bisschen länger. Der erste war jetzt nicht so lang. Okay. Das ist dein Einsatz. Ja, ja. Sehr gern. So, komm, hoch mit dir. Hoch, hoch, hoch. Oh, komm, 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 komm. Hey, dein Dekolleté ist doch nicht so schlecht. Ja, ich... Sag goodbye. Goodbye, Mr. Dias. Oh, nee. Von wegen. Oh, nee, eigentlich nicht. Jetzt macht er bestimmt seine Faust auf und du spickst hier weg. Boah. Boah, das ist so ein bisschen weh. Der Typ hat was von Lord Voldemort. Die Stimme. So, und jetzt? Der Saints Row Flügel. Oder der Saints Flügel. Fortfahren. Oberzersteller. Wir haben die O-Rungen-Schaft. Mhm. Oberzersteller. Ah! Ich sag dir nur eins bei Saints Row, da wird alles verarscht. Alles. Okay. Okay, was ist jetzt nun los? Ach du Scheiße. God, what a glorious day. Nee. 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 Wie viel Töbe Saints. Spielpause. Der Koop-Spieler hat das Spiel pausiert. Nee, das wollte ich gar nicht. Muss ich hier das Spiel speichern oder was? Ach nee. Das war so eine scheiß Meldung. Ja, ja. Ah, okay. Ah, ja, jetzt. Warte geht's. Oh, Friendly Fire. High Home Cockrail. So, schnell. Ah, wir sind so fröhlich. So fröhlich. So fröhlich. Ah, wir sind doch ein tolles Ehepaar, oder? Ist das so eine Sitcom-Show? Oh, Mr. King von across the street is going out of town for a few weeks. He was wondering if you could check his mail for him. Oh, and your friend Pierce called. I'm sure he has some crazy new get rich name. Oh, that Pierce. Such a card. And someone named Dex stopped by earlier. I didn't recognize him, so I just sent him away. Ich will ja nix sagen, aber sind deine Titten in Spitzer gekommen, oder? So, und weiter geht's. Also du darfst mal voraus. Man, siehst du bescheuert aus. Hallo, wir sind jetzt in den 60ern, 50ern, keine Ahnung wann. Hm, 70er vielleicht. Ach, ey, ist ja auch egal. Schnapp dir die Zeitung. Das darfst du machen. Warum immer ich? Ja, ich kann sie auch machen. Ich wollte dir nur mal eine Chance lassen. Nee, nee, ich mach's jetzt schon. Ja, jetzt ist es zu spät. Es ist jetzt komm. Ja, hallo, wie oft zolle ich jetzt? Okay. Ich fahr. Ja. Okay. Also gut festhalten. Ist das ein Cop, oder? Alter, ich kann es ja auch nicht fahren. Okay. Na ja. Ich kann das nicht fahren, das ist voll komisch Ja, steckt da irgendwie noch eine sinnvolle Story dahinter Oder ich verstehe das jetzt nicht so Ne, das ist einfach nur Fun Da kommen oft so Zwischenzähnen Mit einfach nur Gar keinen Sinn, gar keinen Okay So nach dem Motto, packen wir mal rein Mal schauen, was es wird Das ist das Geile an dem Spiel, es macht gar keinen Sinn Also jetzt nicht, dass wir da so, keine Ahnung 20 Minuten in irgendeiner Szene spielen Und dann kommt wieder irgendwas ganz Neues Und dann wieder 20 Minuten Und dann, naja Ich lass mich überraschen Ja, ja Ist auf jeden Fall geil Ich freu mich schon, die anzugucken Meet and Creed Pfff Darf ich ein Foto machen? Sammle Gesundheitspics Ich freu mich, das schon so anzugucken Wenn du es hochgeladen hast, oder ich Oder keine Ahnung was So schnell wie wirklich Das ist einfach zu geil Betritt das Dimmer Okay, jetzt geht's weiter Das ist glaub'n, das ist glaub'n Deiner Und kein Dinner Was zum Piep? Diese Song ist crazy Sind das Zombies? Sind die besessen? Siehst du mein Charakter oder dein Charakter? Meinen, meinen Okay, ich hab meinen auch gesehen Okay, wir sind beide Präsidenten Oh je Willkommen zu The Walking Dead Okay, ich fahr' Ja 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 Ha! Geil Okay, gut Da ist ein Park nahe Geil da und gib mir etwas Wo fahren wir jetzt hin? Das musst doch du wissen Ah, ja, da, okay Wollen wir noch ein paar Leute? Nee, wir müssen der Präsident, da sollen wir uns vielleicht keine Leute umfahren Ich glaub'n wir können nicht mal welche umfahren, oder? Probier'n wir es mal aus, oder? Mhm Das sieht komisch aus Das ist eine Sie Sie Zu schnell Doch, doch, es geht Oh! Oh mein Gott! Ach Gott Töte die Polizisten Wo sind sie denn? Achtung! Ach Hilf mir doch! Ja, ich bin doch schon dabei Da Aufgeräumt Geputzt Da ist das n' Ah, von rechts kommen sie! Musst du mir alles verderben? Ich wollte gerade den Cowboy ausschießen Oh fuck, ich hab ne Zivilist umgebracht Headshot Hast du das gesehen? Hey, das wollte ich einsammeln Oh Komm, fahr mit! Check ein Moment Au! Ich mache mal Nahkampf. Pass auf. Oh, mit der Knarre in die Eier rein. Das ist bitter. Oh, das war ein Zivilist. Ha. Nein, ich will ja nicht einsteigen. Okay, da gehen wir es hin. Geil, geil. Nimm den Raketenwerfer. Wo? Ich weiß nicht, aber da steigt da um eine Miezekatze raus. Wow. Sorge für Vandalismus. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich muss noch die Maussteuerung etwas runterschalten im nächsten Part. Viel mehr vor dem nächsten Part. Geiler Schein. Okay, wir müssen 100.000 erreichen. Das kriegen wir hin. Okay, Vandalismus. Was können wir da sonst kaputt machen? Also, ich gehe jetzt hier mal auf die Autos. Oh yeah, Baby. Ist das geil. Oh yes, die Hälfte haben wir schon. Nein. So, jetzt. Wait a what? What's going on? Das Polizeiautomar haben wir noch kaputt. Sie zwar. Au. Okay, das ist auch noch. Da am Straßenrand stehen echt viele Autos. So, Ende der Gelände. Oh, das ist Supercop. Aufpassen. Wo ist der? Wo ist der? Was ist das für... Ach so, das bist du. Wow. Ich hoffe, du hast deinen letzten Momenten genutzt. Hä? Also, ich feuer doch schon immer auf den. Ich habe ihn gekillt. Oh Gott. Neue Filmfrequenz. Au. Oh Gott. Wow. Das ist geil. Okay, aber nach der Filmfrequenz machen wir. Ja! Und dann geht's weiter. Dann tauchen wir nämlich in die virtuelle Welt ein. Muss ich da jetzt was machen? Bestimmt, oder? Es gibt kein Weg, um zu gehen. Du gehörst... ... zu mir. Jetzt... ... zu schöner Dinge. Ich werde dich in deinem neuen Haus setzen. Try to run again... ... and I'll destroy your pitiful planet. PTF? Aua! What the fuck? Fly... ... you fly free! Boah, was sind das für Viecher? ... and I will empower you to be wardens of Simulation 31. You will have one purpose. Torment the President of the United States. Die wollen uns foltern. Mhm. Das macht keine Unterschiede, Nomi. Ich lasse den Prisoner allein. Ich will sie verbrochen. Nicht tot. Geh jetzt... ... and tear their world asunder. Ein angenehmer Tag geschafft. Naja, so angenehm war der nicht. Ja. Also Leute, was für diesen Part das Spiel ist einfach nur geil. Naja, ich weiß noch nicht, was ich so davon halten soll. Aber wir hauen jetzt einen Cut rein. Und in ein paar weiteren Parts werde ich es dann wissen. Genau. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.